Ja Leute, dieses Race Recap Video zum Berliner Halbmarathon wollte ich eigentlich schon längst aufgenommen haben und eigentlich auch schon hochgeladen haben, aber wie ihr wahrscheinlich unschwer am Hintergrund erkennen könnt, bin ich nicht mehr zu Hause bei mir in Regensburg, sondern schon wieder im Trainingslager und zwar in den italienischen Bergen, wieder in Sestrier und ja, ich bin zwar Sonntag direkt nach dem Rennen noch zurück nach Regensburg gefahren, aber die Tage vor meiner Weiterreise ins Trainingslager war dann einfach eine Menge los und habe tatsächlich keinen Nerv gehabt, das Video aufzunehmen. Im Trainingslager hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit und auch wenn dann wahrscheinlich schon fast eine Woche vergangen sein wird, bis das Video online kommt, wollte ich euch natürlich so ein bisschen mitnehmen, wie ich den Berliner Halbmarathon so ein bisschen auch bewerte aus meiner Sicht. Ich habe ja im Vorfeld auch des Rennens ausgegeben, dass mein Ziel war Bestzeit zu laufen, das habe ich ja sozusagen hauchdünn verpasst. 13 Sekunden haben gefehlt zur persönlichen Bestleistung, die ja nach wie vor aus dem letzten Jahr ist vom Barcelona Halbmarathon mit 62,50. In Berlin hat es zwar jetzt gereicht, den sozusagen besten deutschen Platz zu ergattern und ja, zumindest die Top Ten zu laufen mit Platz 9 in einem durchaus auch gar nicht so schlechten Feld, zumindest vorne sind die Jungs ja auch richtig, richtig schnell gelaufen. Am Ende stand dann bei mir auf der Uhr 63,03, das ist immerhin noch meine zweitschnellste Halbmarathonzeit, die ich jemals gelaufen bin. Aber ich habe das ja schon so ein bisschen angeteasert im Podcast, im Bestzeit-Podcast, den ich ja mit Ralf Scholt mache, für die Leute, die den Podcast hören, die werden jetzt ja vielleicht schon ein bisschen auf dem Laufenden sein. Für all diejenigen von euch, die meinen Podcast noch nicht hören, erkläre ich das aber gerne nochmal und zwar war so die Maßgabe meines Trainers Renato Canova im Hinblick auf den Halbmarathon, dass wir das wirklich versuchen, so gut es geht, ins Training einzubetten. Das heißt, wir haben jetzt für den Halbmarathon nicht wirklich rausgenommen, wir haben den einfach jetzt als Teil des Trainingsblocks mitgenommen. Und was ich da gemacht habe, nach dem Special-Blog, den ihr hoffentlich alle hier auf YouTube ja schon gesehen habt, ansonsten schaut gerne die letzten zwei Videos an, ging es nahtlos weiter mit Training. Also ihr seid jetzt quasi auf dem Stand Special-Blog, dann kann ich euch mal mitnehmen, wie die 10 Tage bis zum Marathon noch ausgesehen haben. Im Anschluss an den Special-Blog muss ich sagen, wie man sich wahrscheinlich denken kann und wie man wahrscheinlich auch in den Videos gesehen hat. Ja, doch ein bisschen K.O. auf jeden Fall und hatte dann drei relativ ruhige Trainingstage, die tatsächlich nur ein Lauf am Tag waren. Am Tag nach dem Special-Blog tatsächlich auch nur 10 Kilometer, ganz, ganz, ganz easy. Ganz, ganz, ganz easy bedeutet bei mir, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber 44 Minuten, also wirklich easy Jogging. Die Tage danach waren schon ein bisschen länger, wieder so ein 20 und 25 Kilometer Lauf, aber ja, also in einem sehr entspannten Tempobereich waren so plus minus 4 Minuten. Dann sind wir ja schon in der Wettkampfwoche, nämlich Montag, ging es aber dann schon wieder zur Sache, denn da stand für mich ein Long Run an. Tatsächlich auch ein Long Run, der schon auch flott war, kann man sagen. Es war 35 Kilometer Long Run, progressiv gelaufen. Also erste Hälfte war in 3,19er Schnitt, die zweite Hälfte war glaube ich dann am Ende so in 3,13, was dann ein 3,16er Schnitt macht. Und da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass der Special-Blog noch nicht so weit zurückliegt und ja, bin da noch gut durchgekommen. Allerdings hatte ich am Tag danach eine Trainingseinheit nur, 20 Kilometer, aber dann am Tag drauf, wo man jetzt vielleicht denkt, da macht man auch eine kurze Tapering-Einheit, ein bisschen was Schnelleres, stand für mich natürlich auch nochmal ein vollwertiges Trainingsprogramm an und zwar auf der Bahn 10x 1200 Meter, ich glaube im Schnitt waren es am Ende 3,26, 1200 Meter ist jetzt ein bisschen ungewöhnliche Streckenlänge, also das auf 1000 Meter umgerechnet quasi entspricht 2,51er Tempo und da habe ich tatsächlich schon gemerkt, dass ich noch nicht so erholt bin und dass das nicht ganz einfach von der Hand geht, sondern dass ich einfach ziemlich müde bin und ja, die Tage vor dem Halbmarathon, die waren dann natürlich schon jetzt, sag ich mal, lockere Dauerläufe und ein paar Steigerungen, aber ich bin dann schon donnerstags, musste ich glaube ich auch schon nach Berlin anreisen, wie das dann oft so ist für uns im Vorfeld von solchen größeren Events, ist es ja dann auch so, dass wir dann da auch noch diverse Verpflichtungen haben, also Pressekonferenzen, Interviews, manchmal auch Shootings, das war alles bei mir auch noch Programm am Freitag, Samstag war dann zum Glück sehr entspannt, aber ich habe auch schon gemerkt am Sonntagmorgen beim Aufwärmen, dass die Beine nicht so frisch sind, wie beispielsweise vor dem 10km Lauf bei der Adidas Runners City Night, wo ich ja wirklich eine komplette Entlastungswoche im Anschluss an mein Trainingslager hatte und ich denke rückblickend auch, dass Renato das genauso wollte, dass ich mit müden Beinen in dieses Rennen gehe und einfach mal schaue, was da möglich ist. Wir hatten leider von den Veranstaltern sozusagen keine Pacemaker für eine zweite Gruppe, das heißt, man hat sich natürlich beim Technical Meeting, das ist für die Leute, die dann nicht wissen, was das ist, am Vorabend des Rennens ein Meeting, was die Veranstalter einberufen, da werden normalerweise dann die verschiedenen Pacegruppen vorgestellt, die vielleicht auch mit Pacemakern unterstützt werden, wie die anlaufen sollen, wie die vermutlich die Windrichtung am nächsten Tag aussieht, wie die Temperaturen aussehen, sodass man sich da idealerweise bestmöglich darauf einstellen kann. Für uns ging es dann eher darum, so ein bisschen zu gucken unter den Eliteathleten, wer da möglicherweise zusammenpasst, beispielsweise der Schwede David Nilsson, den ich ganz gut kenne von diversen Rennen, wir haben uns so ein bisschen überlegt, dass wir zusammen loslaufen wollen, ansonsten waren da dann natürlich auch noch einige Afrikaner dabei und da sind natürlich die Vorstellungen schon sehr auseinandergeklappt, was dann immer schwierig ist, da so einen Konsens zu finden. Klar war aber auch, dass wahrscheinlich zwischen der Führungsgruppe, die ja dann den Streckenrekord im 58-Minuten-Bereich anvisiert hat und einer sehr großen, mutmaßlich dann deutschen Gruppe, die im Bereich von 64 Minuten laufen wird, relativ schwierig ist, da was zu finden und es gab halt einige Jungs, die trotzdem sehr schnell anlaufen wollten in Richtung 61 und ja, gut, war dann natürlich Friss oder Stirb und bevor ich dann sozusagen gleich von Anfang an alleine laufe, habe ich mich natürlich versucht, in dieser Gruppe einzuklinken und mitzuschwimmen, wir sind aber, zumindest für meinen Geschmack und für meinen, sagen wir mal, Trainingszustand, mit dem ich in dieses Rennen gegangen bin, halt sehr knackig losgelaufen. Also ich glaube, Kilometer 1 war 2,50 und bei Kilometer 3 hatten wir, glaube ich, 8,38. Also für die Experten unter euch, die mit den Zeiten was anfangen können, ja, man läuft da auf 61 tief und da war mir eigentlich schon klar, dass das wahrscheinlich ein sehr, sehr harter Tag für mich werden wird, auch wenn wir auf der ersten Hälfte Rückenwind hatten, aber ja, wir haben uns ein bisschen tempotechnisch eingependelt zwischen Kilometer 5 und 10, das war dann eigentlich soweit ganz in Ordnung. Einer der Kenianer bei uns in der Gruppe hat allerdings auf der zweiten Hälfte gemeint, dass es wohl schon eine gute Idee ist, bei Kilometer 12 langsam Tempospitzen zu setzen. Er hat damit geschafft, unsere Gruppe zu zerlegen, was aber, glaube ich, für alle Beteiligten am Ende des Tages nicht von Vorteil war, denn auf der zweiten Hälfte hatten wir doch sehr strammen Gegenwind, sag ich mal, auf großen Straßen. Vielleicht ist der ein oder andere von euch ja auch mitgelaufen, denn wird er das wahrscheinlich ganz gut nachempfinden können. Ja, gerade Kantstraße, Kudamm war ja schon nicht ganz einfach und ja, sind wir dann alle schön im Abstand von 50 bis 100 Metern alleine gelaufen, die zweite Hälfte und hat uns alle ziemlich viel Zeit gekostet auf jeden Fall. Ja, am Ende des Tages, klar, wenn du dann über die Ziellinie läufst und a, mal siehst, dass es dann nichts mehr der Bestzeit geworden ist und auch b, dass es nicht mehr ganz gereicht hat, unter 63 Minuten zu bleiben, dann war man natürlich vielleicht schon im ersten Augenblick so ein bisschen ernüchtert, muss aber dann auch sagen, dass ich mit einem Tag Abstand und den Blick nochmal ins Trainingsprotokoll tatsächlich mit dem Ergebnis sehr gut leben kann. Das passt eigentlich ganz gut jetzt in das Bild der letzten Wochen, es passt auch ganz gut zu dem 10-Kilometer-Lauf, den ich da hatte, den ich etwas unter, wie gesagt, unter anderen Voraussetzungen gerannt bin und ja, für mich, wie gesagt, zwei Tage zu Hause, ging es dann nur ein bisschen darum, ein bisschen die Beine auszulockern, auszulaufen, Physiotherapie und parallel natürlich relativ viel Organisation und Packen, denn Mittwochmorgen ging es für mich dann schon wieder hier nach Sistrier, wo ich nochmal für mehrere Wochen ein Höhentrainingslager mache, was den Vorteil hat, dass ich auch hier eben sehr nah bei meinem Trainer Renato Canova bin, und wie die intensiveren Einheiten, auch die marathonspezifischen Einheiten zusammen machen können beziehungsweise er da dabei sein kann und das ist für mich natürlich in der jetzigen Konstellation auf jeden Fall sehr hilfreich, weil er dann auch die richtigen Schlüsse dann ziehen kann und ja, die ersten Tage waren jetzt soweit relativ unaufgeregt, sage ich jetzt mal. Natürlich wird das jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger lang dauern mit der Anpassung an die gut 2000 Meter, auf denen wir uns hier befinden, weil ich ja im Juli hier erst für fünf Wochen war, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt für die ersten Tage angedacht, erstmal im ruhigen Bereich zu laufen, sich auch ein bisschen vor allem wieder ans Profil zu gewöhnen, es ist hier sehr viel bergiger, als es bei mir in Regensburg der Fall ist und ja, entspannte 30 Kilometer Tage, sage ich jetzt mal, also Tag 1 waren glaube ich 31 Kilometer, heute 35 Kilometer jeweils mit zwei Trainingseinheiten und so werden jetzt die nächsten, ich glaube, nochmal zwei Tage auch aussehen, bevor wir dann mit den ersten Workouts starten. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere von euch sich fragen, ja, jetzt wird hier die ganze Zeit immer hier Marathon-Training irgendwie auf Instagram geteilt oder hier auf YouTube und so, aber wo läuft der denn jetzt eigentlich? Es steht inzwischen fest, wo ich laufen werde, aber wenn man so einen Vertrag dann macht, nimmt sich meistens der Veranstalter dann auch raus, den Zeitpunkt der Bekanntgabe selbst zu setzen, selbst zu definieren. Ich weiß, dass das jetzt relativ zeitnah angedacht ist, soweit ich da auf dem Laufenden bin, soll das nächste Woche passieren. Insofern müsst ihr euch vielleicht noch ein bisschen gedulden, einige von euch sind glaube ich aber in der Vermutung schon auf einem ganz guten Weg, sage ich jetzt mal, das kann man vielleicht schon so sagen und ich denke Anfang nächster Woche werden wir das dann auch über die Social-Media-Kanäle ganz offiziell announcen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, dass wir aus dem Trainingslager auch ein bisschen was filmen können, wir wollen jetzt auf YouTube wieder regelmäßiger was rausbringen. Aktuell bin ich hier alleine, deswegen ist das mit Filmen beim Training mit einer Kamera jetzt eher schwierig. Allerdings Jonas, mein guter Freund Jonas, den ihr ja auch alle aus dem Special-Blog-Video Nummer 2 kennt, der wird demnächst hier auch dazustoßen und dann denke ich mal, werden wir auch beim Training vielleicht ein bisschen was mitfilmen können. In diesem Sinne, stay tuned und passt auf euch auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020